Guten Morgen! Bei uns ist gerade 8 Uhr morgens. Heute fahren wir mit dem Deng, unserem Hund zum Tierarzt nach Chiang Mai ins Klinikum. Ihr kriegt heute die Fäden gezogen, weil er hatte eine Schulteroperation, weil er angefahren worden ist. Da ist der Kleine und heute fahren wir mit dem Pagero dahin. Meilin ist heute auch dabei. Die unterstützt mich. Tableau Padou. Also wir sind jetzt am Small Animal Hospital in Chiang Mai angekommen. Wir warten jetzt auf unseren Termin. Wir hoffen, dass alles gut gelaufen ist, dass es gut verheilt ist. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.